Klassisch! So, dann lass doch mal gucken. Wen schlägt uns der Shop vor? Aha. Ike. Ich bin geneigt zu Iken. So, zwölf fehlen uns noch. Sehe ich hier spontan irgendjemanden, den ich sofort loswerden will? Ne, ich glaube jetzt ist grünes Licht. Also bis auf hier unten Ken, aber ansonsten... Rio haben wir ja auch schon. Da könnte man jetzt theoretisch Ken machen. Also Ken und den Wii Fit Trainer und danach ist... Pils könnte noch ein Problem werden, aber... Quatsch. Warum sollte Pitten ein Problem werden? Muss aus diesem Entenmodus raus, verdammt. Ich will nicht in die Geistertafel. Ist das denn was Neues? Ja hier, die scheiß Legende, die kann mich mal am Arsch lecken, die Legende. Wie viel Gold habe ich mittlerweile? Kann ich mir die Legende schon kaufen? Nein, mir fehlen noch 4.000 Gült. Nein. Klassisch! So, wen wollte ich machen? Ken. Achso, Rio habe ich auch noch nicht. Ken und Rio. Dann machen wir jetzt eine Street Fighter Runde. Juuu. 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 Na scheiße. Auf jeden Fall in den normalen Farben ist mir Wumpe. Und sobald ich rausgefunden habe, wie werde ich wahrscheinlich permanent... Hallo Ken! Hallo Ken! Hallo Ken! Hallo Ken! Los! Juuu. 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 Dass das jetzt alles so eine KP-Ausdauerkämpfe sind, kann das sein, weil Street Fighter, hey! Da macht Arcade-Modus hier so in dem Sinne mehr Sinn. Gigan! Little Mac! Nein, Zero Sand! Bist du jetzt schon nie, oder wie? Hieß die so? Die Blaue mit den komischen Knubbeln als Haar. Das würde mir gerade optisch irgendwie Sinn ergeben, dass Sammy die starr stellen soll, aber wer weiß. Na, zu spät, beziehungsweise zu früh losgeschickt. Ich muss das Hadouken-Ding am Ende besser timen. Frego! Ja, wo mein Du bist! Frego! Hadouken! Frego! Hadouken! Frego! Hadouken! Frego! Hadouken! Also da willst du einmal was ohne Schaden überstehen und dann sowas. Geschieht ja schlecht. Selbst die Tafel im Hintergrund hatte die Hadouken nicht drauf. Verdammt, hätte ich mal in die andere Richtung geschossen, das wäre besser gewesen. Mist. Wer zum Geier sollst du sein? Mooskopf, Donkey Kong! Wahrscheinlich dieser eine Typ, der gerade bei der Geistertafel sonst wo ist. Mann, ey! Immer auf dem letzten Meter, was soll der Scheiß? Gönnt mir den Raum mal was. Ist aber auch immer nur diese eine Treffer, ne? Davor nix, danach nix. Diese eine Treffer. Bonusspiel! War ein bisschen früher als sonst. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen unruhig macht. Aber okay, wenn er meint. Okay, und... Weiter! Nimm bitte so viel wie möglich mit, ja? Danke. Natürlich! Leck mich! Dann halt nicht! Wuhuu! 105? Ne, 104 wieder. Nur. Mehr als die 104 scheine ich nicht mehr zu schaffen. Irgendwie aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Little Mac. Bereit? Los! Feier! Logen! 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 Feier! Mal kommst du mit dem schwärzenden Boxkampf oder was, du Penner? Bäm, natürlich fliegt er sonst wohin, Periok, das ist gerade total brauchbar, wir kommen langsam ins Linkgebiet, natürlich, du die eine, ich die andere. Boah, mach irgendwas, Ken, ist mir egal was, meinetwegen gehen mit Barbie daten oder so, keine Ahnung. Kann man ja die Scheiße da weg machen? Hallo, Ken! Tschüss, Ken! Bei Ken wird das wahrscheinlich genau der gleiche Blödsinn am Ende. Habe ich so irgendwie gerade die Befürchtung. Aber vielleicht überrascht mich Ken mit einem komplett anderen Kampagnenmodus. Und ich habe erwartet, dass da was cooles bei rumkommt, bei dem Bild. Ich habe es wirklich erwartet. Und sie geben ihm Tanuki Ohrenball. Hahahaha Sind wir nicht alle lustig? Wie soll ich denn so Folgenpummelte machen, Leute? Das geht nicht. Doh! Alter! Dark Ken! Ja, nach dem von eben bin ich jetzt vorsichtig, vergiss es. Das ist interessanterweise kein KP-Modus. Das ist interessanterweise kein KP-Modus. Aufwärts Harkens. Wolf! Wir freuen uns also nachher auf Bowser. Auf Ganondorf. Wobei... Rivalen ist jetzt nicht gleich Gegenspieler, oder? Von daher ist Luigi wahrscheinlich wahrscheinlicher als Bowser. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Ja, dunkler Samos. Darauf hätte ich kommen können. Also, er scheint in der Luft leichter zu sein. Habe ich so den Eindruck. Er kann natürlich täuschen, der Eindruck, aber... ... Idiot. Ich hasse dich. Arschloch! Mein Geld! Wie du holst das jetzt nicht wieder rein? Pisser, du! Also, das Ding hier gefällt mir auf jeden Fall besser. Oh, du bist sowas dann gearscht, Sam. Wenn der Cowboy das Feld betritt, da ist keiner mehr sicher. Dann wird's keiner aus dem gegnerischen Team. Okay, es geht jetzt wirklich um die düsteren Spiegelbilder. Scheiß auf Ganondorf. Wir haben Dark Link. Ich brauche schon lange keine Bombe mehr ins Gesicht bekommen. Hui! Scheiß auf die Sense! Hier, der Bumper ist viel lustiger. Okay, ähm... Er hat sich gerade mit seiner eigenen Bombe verletzt. Geht das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, um Breath of the Wild geht's. Das habe ich letztens erst gemacht, aber... Hahaha, ja sag ich doch. Eher Luigi als Bowser. Wobei hier Wario wahrscheinlich interessanter, sinnvoller sonst wie gewesen wäre. Man muss sie nur einmal zu fassen kriegen und schon sind sie weg. Also, am Ende wahrscheinlich auch gegen Crazy Hand würde ich mal behaupten. Ja, das war die oben, unten, oben, unten, links, rechts, Kombo. Und AB nicht vergessen. Und AB nicht vergessen. Um unten, um unten, links, rechts, AB. Bonus-Can. Ja, deutlich weniger schwerfällig als Rio. Deutlich weniger schwerfällig als Rio. Ja, wobei, teilweise ist der immer noch ein bisschen lahm in die Hüften, aber egal. Was wir sehen, bei dem Aufwärtshaken war richtig Dampf dahinter. Das Ding ist einfach nur so geflüchtet, könnte man meinen. Ich hätte jetzt zu gern so einen Wirbel reingemacht. Aber dazu habe ich aber nicht den Skill mit den beiden. Hey, Mann bin ich gut. Geschenk, blö useless. Na, hab' ich... Baby. 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 Für mich ist es weiter und darum geht. Wir sind fertig, Crazy. Schade, ich hätte das gerne mit dem Boom getimed, aber egal. Gut gemacht. Das war's. Oh, die Arme. Der Auto wird zerlegt. Wobei, zerlegt den scheißen Bus. Der ist zum Kotzen dieser blöde Trophäe. Klar, Toppie. Untertitelung des ZDF, 2020